Hören Sie, ich glaube, das Beste ist, wenn Sie jetzt einfach viel Zeit mit Ihrer Tochter verbringen. Und zwar Zeit, in der sie nicht an irgendwelchen Infusionen angeschlossen ist. Aber ich muss doch was tun, das müssen Sie doch verstehen. Frau Wolf, der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter zehn Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe bereits ein Kind verloren. Ein zweites Mal überstehe ich das nicht. Warum muss da immer nachgefragt werden? Ja, wie warum? Weil du dich merkwürdig benimmst. Ich meine, je nach... Merkwürdig? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn dein Problem? Du laberst die ganze Zeit nur von dir. Hörst gar nicht zu, was andere sagen oder wie es ihnen geht. Weißt du was? Du hast ein Problem. Bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hat dich denn einen Mann für eine Jüngere verlassen oder was? Du warst eine Wette. Du kleine Büchser. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Ich tolge mir mit. Dustroke im Chat.